Qualität bedeutet für uns die vollständige Erfüllung aller Erwartungen unserer Kunden. Wir bei HETEC sind Spezialisten für die Fertigung von Einzelteilen für den Formen- und Werkzeugbau sowie Kleinserienteile für den Maschinenbau. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1998 zählen Zuverlässigkeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu den Grundfesten unserer Orientierung. Außergewöhnliche Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten verbindet eine faire Partnerschaft. Geprägt von einem guten Marktverständnis investieren wir in Fünf-Achsen-Fräs-Bearbeitung und die stetige Optimierung der Fertigung. Einzelteile bis zu einem Gewicht von 2,5 Tonnen werden auf hochpräzisen Bearbeitungszentren gefertigt. Automatisierte Fertigungsanlagen ermöglichen hohe Flexibilität und wirtschaftliche Herstellung von komplexen Bauteilen. Gemeinsam finden wir Lösungen auch für anspruchsvolle Herausforderungen. Ohne Um- und Mehrfachspannungen sind wir bei HETEC in der Lage, sowohl die Fräsbearbeitung mit hoher Oberflächenanforderung als auch das Einbringen von Kühlbohrungen durchzuführen. Kompetente, gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter sorgen während des gesamten Fertigungsprozesses für höchste Qualität. Denn am Ende einer anspruchsvollen Produktionskette zahlen sich effektive Arbeitsabläufe und Erfahrung von HETEC aus. Strenge Kontrollen und fortlaufende Überwachung während der Herstellung garantieren einen sicheren Prozessablauf. Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen, die Optimierung der Arbeitsplatzumgebung und die ständige Anpassung der digitalen Datenverarbeitung halten wir für unabdingbar. Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, ist ein Spiegel unserer Ansprüche und so individuell wie unsere Kunden.